Faszination, Museum für asiatische Kunst. Herzlich willkommen bei der Galerie Peter Hart, hieß es bei der Eröffnungsfeier. Zahlreiche Prominenz- und Ehrengäste aus nah und fern wohnten dem nicht alltäglichen Event bei. Schon der Blick auf die Gestaltung der Außenanlage zieht den Besucher in seinen Bann. Einzigartig in Deutschland, die Präsentation asiatische Kunst in Rade vorm Wald. Magisch gefesselt wird man im Inneren des Museums. Die Galerie Hart ist von Exponaten fernöstlicher Kultur. Tibet, Nepal, India, Burma, Laos, Kaschmir. Die Galerie Hart ist eine feste Größe in der Asienart. Jährlich ca. 18 Präsentationen aufmessen weltweit. Wann immer die Zeit es zulässt, begrüßt Peter Hart, seine Frau Li oder Sohn Tobias sie persönlich. Musik Die Galerie Peter Hart freut sich auf ihren Besuch. Auch der weiteste Weg lohnt. Musik 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 Vielen Dank.